seacrauds hallo freunde willkommen zurück auf dem seacrauds kanal dem portal rund um world of warships und ja ich bin hier gerade unter meinem tutorial video von heute angekommen und ich komme gerade aus dem live stream raus und habe mir so die artikel durchgelesen was ihr heute so unter unsere videos gesetzt habt und der artikel hier ist mir hängen geblieben oder den welche ich ganz gerne auch den vorschach gleich aufgreifen also der eike tim trache schreibt hier er findet das video geil und er hatte noch nie die idee seiner eigene musik in world of warships einzubringen und schreibt mir dann dahinter aber er würde das machen und er hätte so die idee dass wir einfach mal ein video machen wo ihr eure musik quasi mir mitteilt und wir dann daraus ein video bauen und diese musik ins video einfließen lassen und die idee finde ich gerade richtig richtig cool und ich möchte euch die gelegenheit geben unter dieses video was ihr gerade seht macht ihr so wie der eike einfach hier den youtube link mit reinsetzen von euren lieblingslied nicht bitte nicht zehn lieder oder so ich werde sowieso nur eins maximal umsetzen können und wahrscheinlich auch nur ausschnittweise dann punkt 2 schickt mir bitte eure replay dateien von speziellen situationen also keine ahnung drei kills in einer minute oder was ist ich nicht was irgendwie was richtig action geladenes abwegungsreich ich werde versuchen den zusammenschnitt video zu machen mit vielen verschiedenen szenen von all von euch allen da draußen jeder der uns zuguckt ist eingeladen ihr könnt mir diese video schicken also die nur die replay dateien mit einer versions nummer und bitte schreibt mir welche sekunde oder in welcher minute ungefähr diese szene stattfindet die ihr meint weil wenn ihr mir nichts dazu schreibt dann kann ich natürlich auch nicht die richtige szene unbedingt automatisch finden ja ihr habt eine möglichkeit mir diese sache zu schicken und zwar über discord hier ist der einladungslink zu unserem discord kanal da könnt ihr mich dann direkt im chat anschreiben oder heimt in unseren replay kanal diese drei replay rein posten dann könnt ihr uns natürlich über die facebook seite anschreiben und ihr könnt natürlich ja mir eine e mail schreiben und zwar an seacroudsatgmail.com und ja dann kriegen wir eure dateien und eure links also die links gerne unter dieses video würde mich super freuen und wenn genug eingesendet wird dann werde ich mich versuchen schnellstmöglich an dieses video ranzusetzen und hier zusammen zu schnippeln und dann mal irgendwie gucken dass ich die youtube musik dann irgendwie in dieses video rein bekomme muss ich mir auch noch überlegen wie ich das dann genau mache aber hier meine einladung ich sage danke eike für diese idee und ich bin gespannt was ihr mir schickt was ihr mir hier drunter kommentiert unter dieses video und dann schauen wir einfach mal was wir daraus machen und ich werde mir die jensen die da mal anhören ich habe immer eine stunde bahnfahrt also von daher kann ich sehr sehr viele lieder von euch hören und bin gespannt ich werde mir dann die besten raussuchen die mir so gefallen oder mit der zeit dann irgendwie noch mal so ein video machen ich weiß nicht wer weiß was in der zukunft so passiert keine versprechen mal gucken ich möchte euch einladen und das soll schon gewesen sein von diesem video ich freue mich auf euch ja und eure ideen bis dahin euer secret team euer maraha gute nacht jetzt haut rein ciao c krauts c krauts Untertitelung des ZDF, 2020